Das ist die Geschichte von Sascha und Anna. Sie wohnen zusammen in Berlin. Sie haben einen Nachbarn, Nick. Nick ist in Sascha verliebt. Und Anna ist in Nick verliebt. Aber dann bekommt Sascha Post aus Amerika. Das ist die Geschichte von Sascha. Und nenn mich bitte nicht Tcha-Tcha. Hallo, Joe. Ja, das Kissen habe ich auch bekommen. Aber es ist vorbei. Oh, und jetzt heul bitte nicht. Tschüss. Männer. Lui, komm schon. Sascha, die Post. Lui und ich haben die Post. Gib mir die Post, Lui. Gib mir sofort die Post, Lui. Lui, das Ballen. Guter Hund. Telefonrechnung. Gasrechnung. Stromrechnung. Oh, was ist das? Sascha, ein Brief für dich. Ein Brief für mich? Oh, von meiner Mutter. Hey, was ist denn das? Sascha Maus, dieser Brief ist für dich. Hast du immer noch so viele Pickel? Deine Mama. Danke. Hey, der hier ist aus Amerika. Aus Amerika? Von wem denn? Na, sag schon. Hallo, kennst du mich noch? Nein? Vor sieben Jahren Brieffreunde sind wir. Vor sieben Jahren waren wir Brieffreunde. Ach, du liebe Zeit, jetzt erinnere ich mich wieder. Der Brief ist von Sam. Sam Scott. Wer ist Sam Scott? Er war mein Brieffreund, aber das ist sieben Jahre her. Ich gut spreche Deutsch jetzt. Ich spreche jetzt gut Deutsch. Und ich komme nach Deutschland. Ein Amerikaner. Ich möchte mit dir schlafen. Was? Hast du ein Bett für mich? Ach so, er will hier übernachten. Ah, die Tarantin. Ein Amerikaner hier wie Brad Pitt groß. Sportlich. Und rein. Wann kommt er denn? Hier steht am 7. Juli. Am 7. Juli. Am 7. Juli? Aber das ist ja heute. Hallo, Nick. Hallo, Nick. Wie geht's dir? Alles unter Kontrolle. Hey, du hast aber Muskeln. Ich bringe eure Milch zurück. Was? Unsere Milch? Doch nicht etwa die Milch von vor drei Wochen. Ich vergesse nie etwas. Danke, Nick. Na, Ladies, was geht so ab? Möchtest du was trinken, Nick? Möchtest du was trinken, Nick? Ja, hallo? Ich hab gefragt, ob du was trinken willst. Äh, ja, eine Cola. Sascha hat Post von Sam. Ach ja? Sam aus Amerika. Ach ja? Aus Amerika? Mhm. Wow. Und, ist sie cool? Sie ist ein Er. Wie? Na, Mensch, Sam ist männlich. Ach so. Ein cooler Ammi, ja? Mhm. Hey, Sascha, alles okay? Nick, niemand darf mein Fahrrad anfassen. Kapiert? Niemand. Aber warum nicht? Muss ich das begründen? Hey, 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 mach mal langsam. Wer mein Fahrrad anfasst, fliegt raus. Kapiert? M-A-U-S. Hi. Äh, hallo. Äh, hallo. Ich heiße Amerika, ich komme aus Sam. Du meinst, ich heiße Sam. Du heißt Sam? Nein, ich heiße Anna. Ah, ich heiße Anna. Nein. Was sie sagen will, ist, ich heiße Sam und ich komme aus Amerika. Du kommst aus Amerika? Komm schon rein. Super. Hi, Mom. I'm here, in Germany. Yeah, and I introduced myself in Germany. Äh, ich heiße Sam. Ich komme aus Amerika. At least I think that's what I said. Hallo, Nadja. Saschas Brieffreund ist heute hier angekommen. Hallo. Der Typ ist komisch. Und Nick von nebenan ist total witzig. Er hat unsere Milch zurückgebracht. Die Milch von vor drei Wochen. Ich vergesse nie etwas. Schwesterherz, Nick, hat mein Fahrrad angefasst. Wie blöd. Und Sam aus Amerika ist hier. Ich heiße Amerika, ich komme aus Sam. Aber sein Deutsch ist katastrophal. Männer. Anyway, Sascha and her flatmate, Anna, were very impressed. Ah, meine kleinen Autos. Du spielst mit Autos? Ja, du spielst... Nein. Nein. Ich spiele mit Autos. Ah, ich, ähm, lese. Ich liebe die Bücherei. Oh, wie interessant. Ja, wir gehen auch immer in die Bücherei, nicht wahr? Aber klar, dort ist es super toll. Super, ähm, hier wohne ich. Das ist ein Museum. Du wohnst in einem Museum? Okay, ein Museum. Äh, ich wohne in einem Museum. Ich wohne in einem Museum. Okay, ich glaube, er arbeitet in einem Museum. Sam, komm, wir zeigen dir die Wohnung. Hm, super. Sam, äh, wir zeigen dir die Wohnung, hm? Hi. Ja, ist das Schlafzimmer. Wow. Danke. Uh, gut as bad. So, where do you sleep? Wo schlaft ihr? Hinein. Hier gibt es nur ein Schlafzimmer. Wie? Nur eins? Ich habe, ähm, 22? 22. Er hat 22 Zimmer. Ich glaube, er meint zwei Zimmer. Okay, du kannst hier schlafen. Ah, okay. Nein, nicht so. Das ist eine Club Couch. Ah, eine Club Couch? Ja. Wow. Fantastic. Hier ist ein Kissen für dich. Thanks. Und, äh, das ist die Fernbedienung. Danke. Fühl dich wie zu Hause. Ich muss mal ins Bad. Psst, Anna, ins Bad. Schnell. Hilfe. Was machen wir mit ihm? Er spielt mit Spielzeugautos. Das gibt's doch nicht. Besonders sexy ist er auch nicht. Ich bin gerne, ich kann eh nicht. Ah, Room Service. Aber er ist süß. Und er ist öfig. Aber seine Klamotten! Er ist so altmodisch. Er muss hier raus. Und er ist so altmodisch. Und er macht es so sehr gerne. Bringen Sie mir mein Gepäck. Gepäck? Wie bitte? Ey, was ist denn mit dir los? Ich ziehe. Du kommst. Du bist der Portier, right? Portier? Ich bin Nick. Ich wohne nebenan. I'm sorry, man. I'm Sam. Aus Amerika. Yeah, aus Amerika, yeah. Ach so. Wo sind die Girls? Die Girls? Sascha und Anna. Sascha und Anna wohnen hier. Ja, das weiß ich. Aber wo ist Sascha? Ah, Sascha. Hat mir das gegeben? Ach so? Sascha hat dir das gegeben? Ah, hallo Nick. Das hier ist Sam Scott aus Amerika. Ja, ich weiß. Ist er nicht süß? Hast du Hunger? Wir kaufen dir was zum Essen. Was ist dein Lieblingsessen? Currywurst? Currywurst? Okay. Ja. Nick, Sam, Ihr habt bestimmt viel Spaß miteinander. Du kannst ihm ja Deutschunterricht geben. Deutschunterricht? Ja. Ich werde ihm Deutschunterricht geben. Und do you know what the German for house is? It's museum. Yeah. Isn't that great? Hallo Joe. Dieser Amerikaner, Sam, hat gedacht, ich wäre der Portier. Bitte bringen Sie mir mein Gepäck. Und Sascha hat ihm ein Herzkissen gegeben. Das muss ein Ende haben. Nadja, stell dir vor, Sam spielt mit Spielzeugautos. Meine kleinen Autos. Er geht in die Bücherei und wohnt in einem Museum. Wirklich. Ich wohne in einem Museum. Also, pass auf. Das hier ist der Ofen. Das hier ist der Ofen. Annas Hund schläft im Ofen. Annas Hund schläft im Ofen. Sehr gut. Du sagst zu Anna. Anna, der Hund ist im Ofen. Anna, der Hund ist im Ofen. Der Hund ist im Ofen. Sehr gut. Sehr gut. Und Sascha? Ja. Keine Chance. What? Sascha steht auf starke Männer mit starken Beinen. Stark? Ich bin stark. Ach ja? Kannst du 50 Kilometer auf dem Fahrrad fahren? Yeah. Niemals. Das will ich sehen. Pass auf. Was meinst du? Rot oder blau? Blau. Blau finde ich besser. Findest du? Ja. Hey! Anna, Sascha. Viel Shopping? Äh, ja klar, Sam. Wir haben viel eingekauft. Äh, Sascha, schau mal. Ähm, 50 Kilometer. Anna, ähm, der Hund ist im Ofen. Hi. Alles in Ordnung? Super. Jetzt, äh, bin ich, ähm, ähm, äh, jetzt, ich bin, äh, tot. Ich bin heiß. Nein, 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 äh, du meinst, mir ist heiß. Sam, du solltest, äh, duschen gehen. Ah, duschen. Mhm. Mir ist heiß. Ich gehe duschen. Äh, excuse me. Das war's. Der Typ liegt raus. Aber wieso? Oh, er ist doch so nett. Er ist mit meinem Fahrrad gefahren. Äh. Und er hat gesagt, der Hund ist im Ofen. So ein blöder Witz. Louis? Was, Louis? Louis? Ach, so ein böser Junge. Der Typ fliegt raus. Kann ich bei dir wohnen, Nick? Äh, sorry, Ladies, das geht wirklich nicht. Du hast doch noch ein freies Zimmer, Nick, bitte. Auf keinen Fall. Der Typ ist nicht mein Problem. Er fliegt raus, und zwar sofort. Aber, er duscht gerade. Das ist mir egal. Sam, komm sofort raus. Na? Wir müssen mit dir sprechen. Okay, ich habe mich sofort. Sorry, are you one of me? Ähm, sagst du ihm doch, Anna? Ähm. Na komm schon, sag's ihm. Ja, Sascha? Weißt du, Sam, es ist so. Ähm. Äh, also Sam, äh, es ist so. Äh, alles klar, ich mach das schon. Äh, Sam, kann ich mal mit dir sprechen? Hm, sure. Sam, bist du das? Mit meinen Eltern. Familie Scott, eine der reichsten Familien Amerikas. Und wer ist das? Meine, ähm. Deine Dienstboten? Ja, meine Dienstboten. Deine Autos? Ja, meine, hm, Autos. Mensch, Sam, du bist total reich. Warum willst du hier wohnen? Ich will, äh, real, richtige Freunde. Die Leute mögen dich nur, weil du reich bist. Mensch, das ist ja schrecklich. Kein Wort zu den Mädchen. Psst. Verstehst du? Okay. Psst. Don't tell the girls. Vielleicht. Vielleicht sollte er doch hier wohnen. Oh ja, der arme kleine Amerikaner. Hey, Sam, du kannst bei mir wohnen. Ich hab zwei Betten. Halt die Klappe, Nick. Sam bleibt hier bei uns. Nicht wahr, Sam? Sam, komm her. Setz dich zu mir. Sam, du kannst mich Char-Chan nennen. Alle meine Freunde nennen mich Char-Chan. Louis, da bist du ja. Ah, äh, der Hund ist im Ofen. Im Ofen? Ja, äh, Nick ist ein guter Lehrer. Ich lerne viel Deutsch. Ah, Nick ist ein sehr guter Lehrer. Annas Hund schläft im Ofen. Was? Hey, Leute, was sitzen wir hier rum? Heute ist die Love Parade. Love Parade? Eine Party. Oh, Party. Juhu. Mein Make-up. Oh, ich muss schnell, ähm, Roomsuits. Hat jemand meine neue Zeitschrift gesehen? Na, va, 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 va. Ja, hallo? Oh, nein. Ja, kommen Sie bitte hoch. Hilfe, es ist die Vermieterin. Was? Die Verrante? Schnelles Zeit, wo steckt ich? Ich muss los. Nein, ins Schlafzimmer. Oh, die Miete. I'm going to love it here, Mom. The Germans are so friendly. Nächstes Mal in Österreich. Unsere Freunde gehen für Sam einkaufen. Sam geht für die Mädchen einkaufen. Und Sam geht selber einkaufen. Das dürft ihr nicht verpassen. Das dürft ihr nicht verpassen. Das dürft ihr nicht verpassen. Das dürft ihr,蒲 aber es schauen. Was? Vielen Dank.